Urdhva Ekapada Janu Hastaparivrita Dandasana ist eine Variation der Stockhaltung, deshalb ist auch die Ausgangsposition der Langsitz, der auch als Dandasana bezeichnet wird. Von hier hebst du das linke Bein hoch und fasst mit der rechten Hand unter dem Bein durch zum rechten Knie und dann drehst du dich dabei nach links. Auf diese Weise verbindest du Drehung mit Hebung des Beines, welches auch bestimmte Beinmuskeln stärkt. Bis zum nächsten Mal.